So, ist er noch da unten? Er ist tot. Ja, er ist tot! Boah, du mieses Stück Scheiße, Alter! Boah, Junge, hat der mich genervt! Boah, der ist aber auch echt hart gewesen, ohne Spaß, ey! Auch nicht. Wo ist dieser Drecksack hin? Wo ist dieser Drecksack? Ist der auch nicht. Das sind nur normale Viecher. Eben sind ein paar Schokoboos. Pelikan nur. Macht mir echt Sorgen, ohne Scheiß, dass ich den nicht finde, diesen Drecksack. Da ist er ja! Du, Hackenpenner, der... Du, das kann doch nicht wahr sein. Idee. Ich hab da ne geile Idee. Weiß jetzt, wo er ist, ne? Moment mal. Äh... Telepox Displays... Fire Resistance... Explosive Resistance... Letzere Flex... Ne, alles klar. Ich hab jetzt ne Idee. Heiz den Kerl jetzt mit ein paar Granaten ein. Electric annimmt... Life Granade... Poison Granade... Heiz den Kerl jetzt mit ein paar... Giftgranaten ein. Gucken wir mal, was der liebe Kollege dann macht, wenn ich ein paar... Giftgranaten ins Gesicht haue. Da bist du ja... Moment mal. Bist du, da bist du, ja. Sofort ist mein Schwert weg, ne? Und ich bin sofort blind, ey. Ich könnte kotzen, da ist mein Schwert. Ist der... Ist der wieder abgehauen. Aus den Einmal sofort ist der Typ weg. Verdammte Scheiße. Was ist der denn jetzt hin? Jetzt hier reingegangen. Hier ist er nicht. Das ist aber auch... Das ist aber auch arschnervig, dieses Vieh. Schwinde. Das ist aber auch ein... Arschnerviges Arschloch bist du, äh. Arschnerviges Arschloch. Damischer Mistkerl, wo bist du? Wo bist du hin? Where are you? Jetzt wer kann nur sterben. Wo ist dieser Drecksack hin? Also. Jetzt bist du gar nicht. Du bist einfach nur ein Rare. Einfach nur ein Rare bist du. Dann raue ich dir auch die Schlauze blau. Kein Problem. Bis dahin. Da bist du. Die halten aber auch immer was aus, ey. Das ist der Oberhammer, ey. Diese... Oh. Alter. Diese Viecher. Du Hackenpenner, verpiss dich. Boah, schlimm, ey. So. Trotzdem habe ich den einen Kollegen von dir noch immer noch nicht gefunden. Was ist der denn jetzt hin, ey? Das bereitet mir wirklich Sorgen, weil der Typ dann immer hier rumeiert. Das geht ja so nicht. Ich kann ja nicht ständig hier rumeiern lassen, diesen Penner. Diesen Hackenpenner. Das geht so ja nicht. Wieder hier drinne? Mieses etwas. Scheinbar nicht. Da bist du ja. Entschuldige Leute, weg teleportieren. Ich flippe aus. Ist das ein Hackenpenner? Bist du, ich höre dich doch. Bist doch hier irgendwo. Wird denn der jetzt wieder... Wird denn der jetzt wieder irgendwo da drin? Warte mal. Machen wir das jetzt endlich mal so hier auf der 3. Du bist es nicht. Schwinde. Schiedslaumen auf mich, ey. Hast du mich gefragt? Schon wieder. Bist ja. Ohne diese Achtung. Warte mal. Penner, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Scheiße, ist das ein harter Gegner, Alter. Das ist so ein hartes Stück Scheiße, ist das. Ist das ein Stück Scheiße, ey? Ist das ein Stück Scheiße? Schwert ist mir wieder weg. Wo ist es? Alter. Ich schmeiß alles Dreck weg, was ich in der Hand habe, ne? Es kotzt an. Ohne Scheiß. Bin ich denn jetzt drin, ne? Du mieses Etwas, ey. Schon wieder. Ich schmeiß immer alles in... Sofort weg, was du in der Hand hast. Das ist voll zum Kotzen, ist das. Was ich jetzt mache. Pass mal auf. Die Fresse blau. Pass mal auf. Nichts Stück Scheiße. So. So. Was ist denn noch da unten? Er ist tot. Ja, er ist tot. Boah, du mieses Stück Scheiße, Alter. Boah, Junge, hat der mich genervt. Boah, der ist aber auch echt hart gewesen. Ohne Spaß, ey. Leck mich am Arsch. Ey, das war ja wohl der Oberknaller, dieses Vieh. Ey, du schmeißt immer deine Waffe direkt weg und dadurch habe ich ja mein Schwert verloren gegen dieses Arschloch. Boah, Alter, war das ein nerviges Stück Scheiße, ey. Das ist ja wohl der Oberhammer gewesen. Alter, da hat mir der Bogen... Ich habe... Ich habe mal meinen Bogen gar nicht gedacht. Ohne Scheiß. Ich habe mir den Bogen nicht gedacht im ersten Moment. Repairkosten 47. Willst du den verarschen, ey. Kann aber nicht sein. Infinity Punch, Flame, Soul, Mangered Session, Afterlife, Blight. Was ist denn Blight? Planung, Power. Bam, Junge. Die Bogen ist 65. Alter, leck mir die Cojones. Ey, das ist ja mal der größte Witz des Jahrhunderts hier. Alter. Ja, mein Schwert ist leider jetzt ganz im Arsch. Muss ich leider das Crackneritz-Schwerts hier bedienen. Aber ist ja nicht schlimm. Oh, Spawn Zombies. Ist ja Wahnsinn. Alter, war das ein nerviges Mistvieh. Das war wohl echt der Oberknaller. Ohne Scheiß. Das war mal echt ein... Echter Shit hier. Leco mio, ey. Jetzt bin ich hier über eine Stunde dran fast, ey. In so einem Scheiß. Ist ja wohl der Hammer. 20 Level habe ich noch. Ich würde zauber das Schwert hier mal. Schrappens 4. Fire Aspect. Nicht, Fokus. Was ist denn Fokus? Ja gut, egal. Weiß ich, ich habe, musst du wirklich Respekt haben. Ich gucke mal gerade ganz kurz nochmal, wie die, ähm, Vale of, ähm, wie hieß die da nochmal? Vale of Water, ne? Vale of Water. Vale of Water, glaube ich. Weil ich will mal gucken, jetzt wegen den, wegen den, äh, Holy Grenades, will ich mal gucken. Da kommen schon die ersten. Den wir mal schauen hier. Aber ich habe, ich habe ein paar Waffen noch dazugekriegt, immerhin. Aber das war echt der Obershit gerade hier, ohne was. Meteoritisch ist aber immer nur Meteoritisch, äh, Chestplate. Das ist immer nur dasselbe irgendwie. Oh, das fährt aber auch gut rein. Ich will aber nur den selben Shit, ey. So blöden Bücher, ey. Äh, ne, nicht Vale of Water. Nee, ich muss mir nochmal gerade schauen. Holy. Nicht R, Holy. Holy. So, warte mal. Ah, Mann. Das schiegt mich schon wieder an. Ich habe nichts rausgemacht gehabt, äh. Glowing Water. Vale of. Ne, ich habe schon wieder so, ach, ich habe, ich habe, ich habe, wie. Vale of Water habe ich geschrieben, anstatt Vale, Vial. Vale of Water. Inescape. Ähm. Vale of Water Hexed. Ich will auch, wie die nochmal ging. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, wie die nochmal gingen. Äh, ja, ich will das Rezept haben, ihr Pfeifen. Warte, ich glaube, ich weiß nochmal, wie die gingen. Ich bin nicht ganz irre. Brauche ich da mal gerade nochmal eben Dingens für Glas. Warte mal. Ich glaube, ich weiß noch, ich weiß noch, wie die gingen irgendwie. Irgendwie glaube ich, weiß ich noch, wie die gehen. Warte mal. Weil du brauchst ja diese, äh, Vale of Water brauchst du ja dafür. Wann war das so? Ich glaube, ne, sowas nicht. So waren die normalen. Wieso auch nicht? Gehen die denn verdammt nochmal? Empty Vale. Ah, mit Glasscheiben. Ah, okay, mit Glasscheiben gehen die. Da haben wir sie doch. Vale, Empty Vale. Die brauche ich nämlich, genau. Guck, wir können ja mal, wir können ja mal eine bauen. Können ja mal eine bauen. Das heißt, ich brauche Vale of Ordinary Water. Die brauche ich. Okay, Vale of Ordinary Water. Okay, pass auf. Jetzt mal gerade kurz Sachen. Wobei, wir haben ja alles eigentlich dabei. Müssen wir nur Platz dafür haben. Wir haben ja gerade. Wir können uns was bauen. Jetzt mal einen eigenen kleinen, meine eigene, kleine und ähnliche Wasserquelle bauen. Design by Outlaw. Ja, hallo. So. Design by Outlaw. Äh, hallo. Achso. Zack. Habe ich noch Holz irgendwo? Habe ich sogar noch. Ah. Äh. So, zack. Hier glaube ich noch müsste ich ja eigentlich einen, genau, Wasseralmer haben. Ich brauche noch mal Wasser. So. Alles klar. Jetzt habe ich nicht mal nur eine ähnliche Wasserquelle. Ich sage dir sein by Outlaw. Jetzt nämlich hier direkt die Dinger voll machen. So. Dann brauche ich. Gunpowder. Glowstone. Glowstone. Glowstone brauche ich. Glowstone. Glowstone. Dust. Ja, da war es ein Gunpowder brauche ich. Und ich brauche TNT. Habe ich TNT nochmal drin? Oh, habe ich doch auch TNT gepachtet. Was ist denn nochmal? Habe ich nochmal das ganze TNT hingelegt? Nee. Nee, nee. Auch nicht. Wo habe ich das ganze TNT hingelegt? Ich hatte irgendwo TNT gelagert. Und durchwühlen hier alles. Auch nicht. Ah, hier. So, aber die brauche ich jetzt auch gleich. Die sind relativ hoch, finde ich. Für so eine Holy Grenade. Ähm, pam. Pam, also erstmal das. Dann die 5 da draus machen. Warte, ähm, das, ne? Und das, das und das. Genau, die kriege ich dann da raus. So, dann brauchte ich... Ich habe das gerade in der Hand. Mach ich das einmal mit den 5. Ich habe Glowing Water. Das Glowing Water mache ich dann mit einem CNC. Mache ich dann eine Holy Grenade. So, zack, 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 zack. Und dann... Hä? What? Habe ich doch gerade... Ach, Goldnugget! Oh, sorry. Bin nämlich schon gerade... What the fuck? Was ist denn jetzt los? Dann, wir brauchen... Ein bisschen davon. So, dann brauchen wir... Zack, 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 zack. Dann brauchten wir... Das. Das, 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 das. Das, 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 das. Und wir brauchten... Yeah! 4 Holy Grenades! Okay, Achtung! Jetzt geht's ab. Warte, wir legen mal gerade alles ab. Jetzt eine Kiste, alles ablegen. Was wir jetzt immer mit da haben. Gerade mal hier eben... Nichts dabei zu haben. Als was passiert. Wobei, ne, ich glaube, die trifft eine selber nicht. Achtung! Und... Bam, Junge! Da reckt alle. Guck mal! Yeah! Sehr gut! Alter, wie geil war das denn? Das war doch mal geil, oder? Ah, nice. Guck mal, das war alles dazu gekriegt haben. Nicht schlecht. Nice. Und das nur für so eine Holy Grenade, ey. Das ist der Hammer. Also, die Kosten sind wirklich hoch für das Ding. Aber, ähm... Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn du so viele Viecher hast, einfach reinwerfen schon. Zack, hast du... Ein ganzes Equipment hier. So, jetzt werde ich auf jeden Fall noch... Wir mussten auch jeden verzaubern. Unbreaking. Thrones. Ach, geht nicht. Okay. Aber egal. Hauptsache, wir haben hier... Bisschen mal unsere... Unser Equipment mal. Besser verzaubert. Feier-Aura. Gut, das geht ja sogar noch. Durch Feier-Aura. Sehr gut. Ich kenne jetzt Schaden hier. Aber nicht. Okay. Wir machen erstmal gerade kurz an. Und dann... Einfach den noch als Maul. So schnell kann's gehen. Das ist endgeil, wenn so viele auf einmal sterben. Das ist der Hammer. Und ich glaube, da kommt jetzt nichts mehr runter, glaube ich. Würde ich sagen. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall an der Stelle Ende machen. Jetzt lange genug aufgenommen. Ich habe jetzt, glaube ich, eine... Drei- oder vierstündige Aufnahme-Session gemacht hier. Und dann würde ich nämlich sagen... Wahr ist das für heute. So. Und das hier noch rein. Und das dann noch. Hier, warte. Die fingen wir noch eben zusammen. Sekunde. Wieder ein Ding jetzt explodiert. Wieder ein Meteorit explodiert. Ah, ups. Verdammt. So. Sehr gut. 13 Emeralds rausgekriegt. Passt, würde ich sagen. So. Ja, da bedanke ich mich jetzt mal fürs Zuschauen. Und würde sagen, wir sind uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.